Wenn die Leute 18 werden und erwachsen, dann ist das ein Grund zum großen Feiern. In Familien mit einem behinderten Kind ist das häufig ein Grund großer Sorge, weil man weiß, jetzt wird es alles noch schwieriger und es gibt gar keine Angebote, die Familien entlasten und die den Menschen helfen, sich zu emanzipieren von den Eltern und ein eigenes Leben zu gestalten. Wir zeigen in den Videos diese Situation, die Eltern melden sich selbst, das ist die Realität im Elternverein. Das ist Wilin, unsere mittlerweile 20-jährige schwer mehrfach behinderte Tochter. Wir Eltern sind am Limit, weil die fehlenden Möglichkeiten, ein wirklich selbstbestimmtes Leben außerhalb der Familie zu führen, so dramatisch schlecht sind, dass es ihr die Zukunft traubt. Denn wir alten Eltern sind nicht die Zukunft.